Vorsätze treffen nie ein, aber ohne Ziele stehst du Ende des Jahres genau dort wie an Silvester 2022. Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr 2023. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und unterstütze Menschen selbstbestimmt zu leben. Dieses Video als Start ins neue Jahr in eine neue YouTube Session war mir besonders wichtig, weil 2022 für mich persönlich vermurkst war. Ich habe mir zu große Ziele gesteckt und wenn man sich zu große Ziele steckt, dann besteht die Gefahr, dass wenn man sie nicht erreicht, dass man frustriert ist, dass man auch sich selbst verliert und besonders trifft es ein, wenn man oder wenn du dir besonders nicht entsprechend deiner Gewohnheiten oder dein Selbstbild angepasst hat, da wo du hin willst. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, auf das Ziel setzen, dazu habe ich andere Videos gemacht, kannst gerne reinschauen. Vorwiegend geht es mir darum, dass du heute verstehst und anhand aufbauend auf den Fehlern, die ich letztes Jahr gemacht habe, dass du nicht die gleichen Fehler begehst und dadurch deine Ziele für dieses Jahr erreichst. Ganz kurz nur zur Zielsetzung. Es ist wichtig, dass man sich ein großes Ziel hat, dass man sein Traumziel hat, das einen inspiriert, das einen antreibt, das einen wachsen lässt, das einen aus sich herausgehen lässt, aus der Komfortzone, seine Ängste konfrontiert. Bodo Schäfer hat dazu auch ein schönes Video gemacht, das er vor ein paar Tagen rausgebracht hat. Er nennt es Fern- und Nahziele. Das empfehle ich dir, kannst du gerne mal anschauen. Jedenfalls für mich ist es wichtig, dass man diese Fernziele hat, wie er sagt, oder diese großen Ziele, damit man sich selbst erkennt und aus sich das Beste heraus holt. Große Ziele setzen ist die Basis von einer großigen Zukunft, von einem besseren Leben, von einem anderen Leben, von einem selbstbestimmteren Leben. Was dazu kommt, ist natürlich auch, dass du dich entsprechend auch anpasst. Und wenn diese Bereitschaft dich da ist, dann darfst du dir noch mal neue Ziele setzen, weil die dann vielleicht nicht mit dir zusammenpassen. Wenn du sagst, du möchtest ein Auto haben, bist aber gar kein Autofan, sondern fährst über Rad, dann ist das Ziel Auto und die dazugehörigen Opfer, die du bringen darfst, mehr Geld zu verdienen, je nachdem, was für ein Auto es ist. Wenn du einen Ferrari haben willst, dann darfst du vielleicht deinen Job ändern und wenn du einen Käfer haben willst, deinen gebrauchten, dann kannst du ihn vielleicht morgen gleich kaufen. Also schau dir genau an, was die Ziele sind, ob sie zu dir passen und sei dir auch bewusst, dass deine Gedanken so mächtig sind, dass du alles, mit wem du und was du in emotionalen Kontakt kommst, potenziell wahr werden kannst. Also Vorsicht. Dann fangen wir an. Ich habe elf Punkte dir zusammengestellt, mit denen du dieses Jahr deine Vorsätze, deine Ziele erreichen kannst. Vorausgesetzt natürlich, sie sind machbar. Fangen wir an beim ersten Punkt. Der innere Kreis, so nenne ich es. Der innere Kreis ist nichts anderes als dein Umfeld, dein soziales Umfeld, in dem du dich aufhältst. Maximal, denn wir sind ein Produkt unseres Umfeldes. Den Fehler habe ich dieses Jahr gemacht, dass ich mich mit vielen Menschen abgegeben habe, die nicht meiner Persönlichkeit entsprochen haben, die nicht meinen Werten und auch den Zielen, die ich mir gesetzt habe für letztes Jahr, den sind nicht sich gleichgekommen. Ich wollte eine bessere Beziehung führen mit einer bewussten Dame, die allerdings nicht in mein Leben kam, weil ich mit Menschen zusammen war, die entweder schon eine Beziehung waren oder keine Ambitionen hatten, was die Partnerschaft angeht. Und daher als Beispiel ist es wichtig, such dir genau aus, mit welchen Leuten du dich umgibst, dass die deinem Ziel entsprechen und besser noch, dass sie schon eine Stufe höher sind. Denn wenn du mit Menschen zusammenlebst oder bist, die schon da sind oder auf dem Weg weiter sind, wo du dich hinbegeben willst, dann ist die Chance groß, dass du dich von ihnen inspirieren lässt. Du kennst das vielleicht von der Arbeit, wenn dich dein Chef unter seine Fittiche nimmt und dir zeigt, wie man bestimmte Dinge tut. Du siehst ihn tagtäglich arbeiten, nimmst dir ein Beispiel an ihm und kommst dadurch schneller an deine Ziele und erledigst deine Aufgaben zügiger. Wenn du aber die ganze Zeit mit Praktikanten deinen Tag verbringst, dann wirst du weniger motiviert sein und weniger angespornt sein, als mit jemandem aus seiner höheren Unternehmens-Riege. Also, pass auf, mit dem du dich umgibst. Zweitens, es ist deine Entscheidung, was du mit deinem Leben machst. Wie schon gesagt, deine Gedanken, dein Glauben regelt dein Leben. Und in dem Zusammenhang ist es auch enorm von großer Bedeutung zu verstehen, welche Geschichten du dir Tag für Tag, den ganzen Tag über erzählst. Siehst du dich eher im positiven Bild oder schaust du auf dich herab? Und auf das Herabschauen will ich gleich eingehen, weil es hat mir unglaublich geholfen, wenn ich manchmal down war, wenn es mir nicht so gut ging, wenn ich ein Motiv hatte, ein emotionales, enttäuscht war von meiner Leistung, dass ich mir mein Abiturzeugnis hingehängt habe. Das ist das einzige Zeugnis, was ich eingerahmt habe, weil es ein Beweis dafür war, dass ich anfangs überhaupt kein Selbstvertrauen hatte und mir sogar das von außen auch wieder zurückgegeben wurde von meinen Lehrern, die mir gesagt haben, so ungefähr, hey Martin, du bist zu dumm zum Lernen, du bist nicht gut genug für das Gymnasium. Und irgendwann habe ich das dann auch selber geglaubt, beziehungsweise hatte ich schon länger vorher gedacht, aufgrund meiner Noten und meines Desinteresses an Schulunterricht, dass ich das Abitur nie beschaffen werde. Aber das ist für mich ein Beweis und das empfehle ich dir auch, nimm dir ein Bild von dir aus einem Erfolgsmoment, wo du drauf bist, in Siegerpose oder einen Pokal oder eine Auszeichnung, was auch immer es ist. Wir brauchen jetzt immer wieder diese Bestätigung von außen, dass wir gut genug sind, weil es uns ständig eingetrichtert wurde oder uns selbst irgendwann mal zu unserem Hauptglaubenssatz wurde, dass wir nicht gut genug sind für bestimmte Themen, für das Leben, für einen Job, für eine Ausbildung, für ein Studium, für eine Tätigkeit. Also, schau zu dir auf und sei entwickelnd stolz für dich. Dritter Punkt ist der Liebestreff. Liebestreff soll heißen, dass du jeden Tag den Tag antriffst mit einem Gefühl der Liebe. Alles, was du tust, auch wenn es schwierig sein mag, zu Beginn zum Beispiel eine Aufgabe zu erledigen, dass du einen Beitrag schreibst in den sozialen Netzwerken, wenn du marketingtechnisch unterwegs bist oder dass du eine Person ansprichst, mit der du schon lange nicht mehr geredet hast und von der du weißt, dass sie nicht so gut auf dich zu sprechen ist, dann geh diesen Aufgaben, diesen Problemen mit Liebe entgegen. Wenn du mit Liebe entgegen gehst, dann ist die Chance groß, dass du auch Liebe zurückbekommst oder zumindest, dass du bei dir bleibst und sagst, ich liebe mich so sehr, dass ich mich nicht aus der Fassung bringen lasse. Und dann wirst du sehen, dass Probleme, dass Schwierigkeiten, dass Herausforderungen viel leichter zu verdauen sind und zu verkraften sind, als wenn du deinen Widerstand erzeugst und auf die Barrikaden gehst bzw. sogar in den Konflikt volle Kanne reingehst, der manchmal natürlich nicht zu vermeiden ist. Aber bleib bei dir und sag, ich mach das mir zuliebe. Und natürlich, wenn du diese Liebe für dich erfährst, darfst du sie auch nach außen tragen. Jeder Mensch hat ein Herz und deswegen kann er auch lieben. Also darfst du dir sagen, diesen Menschen gebe ich Liebe, weil er vielleicht, auch wenn er mir keine Liebe zurückgibt, aber zumindest hat ein Herz und könnte lieben, wenn er wollte, hat es vielleicht nie erfahren oder gelernt. Und daher darfst du derjenige, diejenige sein, die diese Liebe demjenigen schenkt, der sie brauchen kann. Vierter Punkt ist der Mut. Sei mutig, insofern, dass du, wenn du dir Ziele gesetzt hast, wenn du weißt, dass du was du willst und da wirklich hingehen willst, wirklich als dein Ziel fixiert hast und du sagst, ich muss, ich will das unbedingt erreichen und ich weiß, dass das mein Weg ist, dann darfst du auch Opfer bringen. Du darfst zum Beispiel einer Person entgegen gehen und dir sagen, ich liebe dich und ich liebe meinen Traum und ich habe mich für meinen Traum entschieden, dem ich weitergehen oder den ich verfolgen darf, den ich realisieren will und dafür kann ich leider nicht bei dir bleiben. In Verbindung mit dem ersten Punkt ist es wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass eben dieses soziale Umfeld zur Erinnerung wichtig ist. Und in meinem Fall gebe ich dir noch das Beispiel. Zu meiner Tochter habe ich das gesagt, weil ich mich von ihr trennen durfte. Wie ich noch mit meiner Ex-Frau zusammen war, hatten wir ständig Streitereien und es hat sich einfach nicht mehr stimmig angefühlt. Es gab immer Zoff und keine Unterstützung. Beiderseits, unsere Welten haben sich komplett getrennt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich kann nicht diesen Weg weitergehen. Ich muss mich von meiner Tochter vorübergehend trennen. Ich weiß, dass diese Investition, die ich in mich geleistet habe, sich irgendwann auszahlt und sie davon profitieren will. Und wenn du es aus Liebe zu dir machst und aus Liebe auch zu deinen Mitmenschen, dann wird es auch akzeptiert werden und verstanden werden, dass du den Weg gehst, wenn dich der Mensch wirklich gern hat. Also sei mutig und lass dich von nichts und niemandem aufhalten, deinen Träumen, deinen Zielen nachzugehen. Fünfter Punkt ist, sei der Steuermann von deinem Leben. Wir sind meistens von äußeren Umständen ständig beeinflusst. Sei es von den Medien, sei es von unseren Mitmenschen oder von unserer Vergangenheit. Also stell dir die Frage wieder, wer hat eigentlich eine Steuer in der Hand in deinem Leben? Bist es du oder ist es jemand anderes? Kurzes Beispiel nochmal zu mir. Ich habe mich immer der Verantwortung entzogen. Deswegen hat meistens meine Ex-Frau das Steuer in der Hand gehabt und hat mir gesagt, wo es lang geht, was ich machen sollte. Und weil sie dachte, dass es gut für mich ist. Ich habe auch viel daraus gelernt. Ich habe viel davon profitiert. Jedenfalls ist es aber so rausgelaufen, dass ich ein Leben gelebt habe, was nicht meins war. Und die Frage sollte man sich wieder stellen. Was treibt dich an? Und bist du derjenige, die das Steuer in der Hand hat? Und weißt du auch, in welche Richtung es geht? Die Richtung ist das Ziel. Und wenn dich jemand oder irgendwas, wenn dir das Steuer rumreißt und dich wegzieht von deinem Ziel, dann darfst du wieder derjenige sein, der es auf Kurs bringt. Und sechstens sind, geh größere Probleme an. Was soll das heißen? Größere Probleme. Ich will keine Probleme haben. Wirst du vielleicht sagen, lass mich bloß in Ruhe mit deinen Problemen. Probleme sind nichts anderes als Aufgaben. Wir scheuen uns davor, Probleme anzugehen, weil sie meistens damit zu tun haben, dass wir uns aus unserer Komfortzone rausgehen dürfen. Dass wir uns mit unseren Ängsten beschäftigen dürfen. Oder sonstige unkomfortabel, unbequeme, unangenehme Dinge tun. Wie zum Beispiel aus dem privaten Bereich. Wenn du ein Problem hast mit deinem Partner und deiner Partnerin und du ihr Geschenke machst. Ich kenne das von vielen Beziehungen. Es werden materielle Dinge geschenkt oder Zeremonien abgehalten. Ob es jetzt zum Film anschauen geht oder ein Glas trinken. Aber das Problem an sich, wenn da Unstimmigkeiten in der Beziehung sind, die werden nicht angesprochen. Also irgendwelche äußeren Ablenkungen, die bringen nichts, um wirklich das Problem zu lösen. Sondern nimm dir die Zeit. Setzt sich mit demjenigen zusammen. Kann ja gerne mit einem Glas Wein sein. Aber nimm dir die Zeit und gib ihm die volle Aufmerksamkeit oder ihr. Um dann die Probleme anzusprechen. Die Fragen zu stellen und zu verstehen, was ihre Gefühlswelt oder seine Gefühlswelt gerade ist. Und aus beruflicher Sicht ist, wenn du in deinem Unternehmen nicht nach vorne kommst. Es fehlen dir die Kunden. Es fehlen dir die finanziellen Mittel. Und du hast das Gefühl oder weißt, dass es an deinem Marketing liegt. Dann stell dir doch die Frage, ob deine Lösung, die du anbietest, dein Produkt, ob das tatsächlich ein großes Problem löst. Großes Problem heißt übersetzt, ist das Problem, das du lösen willst oder kannst auch natürlich. Ist es ein dringendes und ein wichtiges Problem deiner Zielkunden? Und wenn die Antwort Nein ist, dann solltest du dir nochmal genauer Gedanken machen. Ich habe da auch noch Videos gemacht, kannst dir auch anschauen, wie du ein Angebot richtig erstellst. Und siebtens, in Verbindung zu den Problemen gibt es auch Lösungen. Also dieses Jahr sei mental so ausgerichtet, dass du dich auf Lösungen konzentrierst. Probleme, negative Schlagzeilen lassen sich leichter verkaufen. Jeder redet gerne, kritisiert. Das ist ganz einfach. Wir sind da so gepolt, dass wir uns damit auch irgendwie mitteilen und wohlfühlen, wenn wir einen Dampf ablassen. Aber sei doch derjenige dieses Jahr, der sagt, wo ist das Problem? Was hilft? Was können wir machen und was können wir ändern? Proaktiv zu sein und nicht zu warten, dass sich jemand fragt, hast du eine Lösung? Sondern sei du derjenige, der in die Aktion tritt und sagt, was können wir machen und wie können wir es kontrollieren? Und konzentrier dich auch darauf, was du kontrollieren kannst. Wenn es darum geht, den Klimawandel zu ändern oder den Krieg in der Ukraine zu beenden, es wird dir relativ schwer fallen, da Kontrolle drauf zu nehmen. Aber wenn es darum geht, Probleme zu lösen und Lösungen zu finden für Probleme, die du schon lange vor dir her schiebst, dann ist die Zeit gekommen, dass du dich jetzt damit beschäftigst. Achtens. Tue kleine Dinge. Der Teufel liegt ja bekannterweise im Detail. Und in Verbindung mit den Punkten Liebe und Mut, dass du den Menschen und dir selbst natürlich mehr Liebe zukommen lässt und dein Selbstwertgefühl steigerst, setzt dir Alarme tagsüber, morgens, mittags, abends mache ich, mit Affirmationen oder Autosuggestionen, die deinen Selbstwert steigern. Zum Beispiel sagt dir, ich bin ein mutiges Wesen. Ich bin stark. Ich bin liebevoll. Ich liebe mich. Und so weiter. Such dir deine Affirmationen, die dir gut tun und die deinen Selbstwert steigern. Denn Autosuggestionen und die entsprechenden Aktionen bringen dich deinen Zielen definitiv dieses Jahr näher. Neuntens. Stehe durch, bis du erfolgreich bist. Wir tendieren dazu aufzugeben, uns wieder in unsere Komfortzone zurückzuziehen. Sobald wir auf Widerstände treffen, sobald die Probleme, die Aufgaben zu groß werden und unser Wissensstand nicht mehr ausreicht, um gewisse Dinge, Probleme, Aufgaben, Herausforderungen zu lösen, dann fallen wir leicht wieder in ein emotionales Loch. Wir fühlen uns krank, wir fühlen uns schwach, müde, wir prokrastinieren. Und das alles dadurch, dass wir in Selbstzweifel kommen, Angst davor haben, aus uns raus zu gehen und Neues zu wagen, hängt auch stark damit zusammen, dass wir unseren Willen nicht gestärkt haben. Und wenn du bestehen willst, bis du Erfolg hast, darf dein Willen stark genug sein. Wie trainierst du nun deinen Willen? Dazu habe ich eine ganz simple Aufgabe für dich. Mach doch einmal am Tag mindestens eine Kerze an oder einen Punkt an die Wand. Nicht zu groß oder zu auffällig, nicht, dass du Ärger bekommst mit jemandem. Und nimm 5 Meter Abstand von dem Punkt an der Wand oder 1 Meter Abstand von der Kerze und schau in die Kerze auf den Punkt für 5 Minuten. Stell dir einen Wecker, einen Countdown für 5 Minuten und dann fokussiere deine Gedanken nur auf den Punkt oder auf die Flamme. So, das stärkt deine Willenskraft, deine Konzentrationsfähigkeit. Und wenn du das übst, dann wirst du auch durchhaltender, dann hältst du länger durch und schaffst es, dich auf deine Aufgaben zu konzentrieren, die du dir täglich vornimmst. Apropos Aufgaben, kommen wir zum Punkt 10. Tausche das Wie gegen Wer ein. Wenn wir uns große Ziele setzen, und so habe ich es anfangs auch gemacht und so habe ich auch mein Wer kreiert, ist wir sagen, sobald ich, wie ich festgestellt habe, dass man mit unseren Gedanken alles wahrnehmen und realisieren kann, ich will Millionär werden. Vorsicht aber, was passiert dadurch, ist, dass du, wenn du das wirklich spürst und sagst, ich bin Millionär, hat das gewisse Konsequenzen auf deine Zukunft und auf dein Wachstum. Also mit Vorsicht zu genießen ist, was du da kreierst, dann kommt aber der nächste Punkt ist, wie kommst du da hin? Und die Frage habe ich mir gestellt und habe gesagt, dann muss ich das machen und dann muss ich mich im Marketing schlau machen und verbessern und den Vertrieb üben. Diverse Punkte waren mir bewusst, wo ich Verbesserungspotenzial habe. Und mir war auch klar, dass es schwierig wird, das Ganze aus Büchern zu sammeln und es zeitaufwendig ist oder Seminare zu besuchen, Coachings, die meistens dann im Gruppencoaching enden. Also habe ich mich entschieden, ich brauche jemanden, ich will unbedingt jemanden und das hatte ich früher auch schon in meiner Sportler-Karriere und Anführungsstrichen die Erfahrung gemacht, dass es einfach viel effizienter ist, wenn man jemanden hat, der eins zu eins mit einem zusammenarbeitet. Also ein Mentor, der einen begleitet von A nach B und daher habe ich mir eine Person, einen Menschen in mein Leben gezogen, der mir das Ganze beibringt. Und so kannst du es auch machen. Wen kennst du, wen weißt du, wer inspiriert dich, der es schon macht, was du machen willst oder der sich schon das traut zu machen, was du auch gerne machen würdest. Und ein Schritt vor dir ist, zu dem würde ich mich begeben und alles auf eine Karte setzen. Weil das Leben ist viel zu kurz, um lange zu warten, sondern wenn du das Gefühl hast, und dafür sind auch Ziele gut, dass du, wenn du wirklich immer in Kontakt bist, in Emotionen mit deinen Zielen, weil du sie visualisierst, weil du dir vielleicht eine Ziel-Collage gebaut hast, dann kannst du mehr und mehr deiner Intuition, deinem Bauchgefühl vertrauen. Und das ist das Geniale an den Zielen auch. Also nicht nur, dass es ein Wachstumspotenzial mit sich bringt, sondern eben auch, dass man dadurch seine Intuition trainiert und mit ihr arbeitet. Bewusst natürlich auch. Und das elfte und allerletzte Punkt ist, einen Plan dir zuzulegen. Denn ein Plan ist nichts anderes als ein Nahtziel. Dein Ziel, wenn du sagst, ich möchte einen bestimmten Geldbetrag dieses Jahr verdienen, sagen wir mal 100.000 Euro. Dann darfst du dir dieses Ziel auf Monatsziele runterbrechen. Dann sind es pro Monat so um die 8.000 Euro. Diese 8.000 Euro, wie kommst du zu denen? Was darfst du dafür tun? Welche Aufgaben darfst du erledigen? Welche Tätigkeiten ausführen? Was darfst du selbst an dir machen? Das alles ist Teil von einem Plan, den du wahrscheinlich noch gar nicht hast, sondern eben diese Person. Und dann komme ich zum vorigen Punkt, der oder die schon dieses Ziel erreicht hat und dir sagen kann, so hier, das hier ist dein Aufgabenplan, so kannst du es durchziehen. Diese Umstände erschaffst du dir dadurch. Das ist auch nämlich die Folge davon, wenn du einen Plan zu erfüllen hast, Dinge zu erledigen, Aufgaben zu tun, dich weiterzubilden, um deine Ziele zu erreichen und ein besseres Leben zu führen, in Selbstbestimmung, in Freiheit, mit mehr Geld, mit mehr Freude, mit mehr Liebe. Und durch dieses Ziele setzen, Mini-Ziele setzen, was den Plan ja letztlich auch auszeichnet, dass du verschiedene Schritte, Meilensteine überschreitest, dass du dadurch auch Selbstvertrauen gewinnst und dein Leben dadurch zu einer riesigen Feier wird, weil Ziel eigentlich ist, alles mit Freude zu tun. Und wenn du weißt, dass der Plan dazu dient, dein Ziel zu erreichen, dann ist doch jeder Schritt dem Ziel näher ein Schritt, den du mit Freude gehen kannst. Oder? Was meinst du dazu? Schreib es mir gerne in die Kommentare, ob dir diese Punkte geholfen haben. Schauen Sie doch nochmals gerne das Video noch an. Schreib dir die 11 Punkte auf. Geh danach vor. Es würde mich wirklich freuen, wenn du mir Feedback gibst. Auch nach ein paar Wochen, nach einem Monat, ob sich da was geändert hat in deinem Leben, was verbessert hat. Schau dir auch gerne meine weiteren Videos an zum Ziele setzen. Die Meditation auch, die ich von Bob Proctor gelernt habe, habe ich auch selbst nochmal aufgenommen. Die hilft auch sehr gut, dich in Verbindung zu setzen mit deinen Zielen, mit deinem Traum, mit deinem Seelenplan. Und dann wünsche ich dir alles Gute in diesem Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere gerne meinen Kanal. Hinterlasse ein Like. Auf Instagram auch gerne. Kannst du mir folgen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bleib mir treu. Ich würde mich freuen. Alles Gute. Ciao. audiert. 3